Wir haben Gegner im Gebiet. Noch sie fertig oder ihr oberer in ihr Bade. Bereit zu feuern. Diesen Bereich fokussieren. Gegner gesichtet. Feuer in der Hüte des Hals. Das muss wehtun. Belasse Ziel. Der Gegner hat uns im Visier. Unsere Kette ist kaputt. Wir können uns nicht bewegen. Kette repariert. Fahr los. Bereit zu feuern. Habe einen Gegner gefunden. Neuer Entlautnis in der Hals. Wir haben einen Sech. Ziele fass. Was ist das? 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 Was ist das?